Hey dudes, ich bin Martin und heute verlassen wir endlich das Aufnahmegerät. Also wir fangen gerade an, aber zuerst möchte ich mich bei allen bedanken, die am Samstag ans Meet & Greet der SwissTubers gekommen sind. Es war der Hammer! Ich habe mich riesig gefreut, euch zu kennenlernen. Es hat mir echt viel bedeutet, dass ihr dort aufgetaucht seid und mir Hallo gesagt habt. Ich habe mega viele Komplimente von euch bekommen. Das motiviert mich abartig, diesen ganzen Kanal hier weiterzuführen. Ich möchte mich echt an dieser Stelle ganz herzlich bei euch für das bedanken. Dann haben wir dank euch heute Morgen irgendwann die 700 Abonnentenmarken geknackt. Danke vielmal! Wir sind konstant immer ein bisschen am wachsen und es werden immer mehr Dudes und das finde ich richtig geil. Wegen dem ein herzliches Willkommen an die Neuen und ein Danke vielmal für die gesamte Unterstützung an die, die schon länger dabei sind. Ich schätze das sehr. So und jetzt verlassen wir endlich den Scheiss, wegen dem habt ihr euch ein Video angelegt. Es sind Hammer Gründe gekommen, wieso ich euch das Zeug schicken sollte. Es ist auch schade, dass ich nicht mehr zu verschenken habe. Am liebsten würde ich gerade jedem von euch eins schicken. Für eine richtige Verlosung brauchen wir einen Hut und wir brauchen viele Löschen. Und was wir jetzt noch brauchen, ist eine ordentliche Schusswaffe. Also ich habe jetzt hier den Hut mit allen Löschen drin. Das hier ist ein Gasdruck-Gotscha. Das Ding schiesst dir auf 50 Meter ein Auge aus. Kein Witz! Und mit diesem Ding schiessen wir jetzt auf den Hut und dann wollen wir schauen, ob wir so einen Gewinner finden. Und natürlich machen wir das Ganze nur mit Augenschutz, weil alles andere wäre ja blödsinnig. Also das hier ist jetzt der Hut mit den ganzen Löschen drin. Und ich bin jetzt bereit zum drauf schiessen. Drei... Zwei... Eins... Hahahaha Es hat tatsächlich eine Lösung, die rausgefallen ist und unter die Waffe. Und das wäre das hier. Ich schicke die anderen einmal weg. Wir haben hier unseren Gewinner oder unsere Gewinnerin gefunden. Wollen wir doch mal schauen, wer das ist? Italiano! Da wollen wir es sehen. Fokussier mal, du Scheisscam! Italiano! Alles mit zwei Buchstaben geschrieben. Ich gratuliere dich ganz herzlich zu deinem neuen Penis-Aufnahme-Gräzt-Dingsbumsi! An dieser Stelle einmal danke vielmal an alle, die mitgemacht haben. Und ich habe schon ein nächstes Giveaway in Planung. Aber auf alle Fälle, ich danke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Und hoffentlich sehen wir uns am Freitag wieder. Bis dann! Tschüss!